er hat mich zu schnell gemacht die ganze Zeit tschüss Dennis Dennis hat einmal Speed von mir gekriegt wow alter Dennis hat gar nicht kapiert was abgegeben ich hab dir diesen Speed gegeben dann hast du 100% Boost so lange wie das läuft und du kannst sie halt nicht abbrechen ja hollisch stark oh nein sick wow ja keine Ahnung das ist scheiße das sind Schüsse ich wollte die gerade rein ich wollte die gerade rein ich wollte die gerade rein das ist echt so ein heftiger Schüsse gewesen 3000 kmh oder das war top top man Josh und dich hatten wir halt 300 kmh der war fix der war fix oh sorry ach ne nein Thor das gibts nicht ey lass ich hab mit dir gecheckt dass ich weggekickt wolltest da war es passiert ne ja fuck den hab ich doch noch geklärt man und dann hab ich dir noch diesen unendlich Boost gegeben der Tornado ist noch da der Tornado war einfach immer noch da geil ich hab den vergriffen ey ey ne 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 oh Nein! Guck mal wie alle dran vorbei sind! Das ist geil, dass dann die wiederholtung vorbei ist. Ihr müsst alle aufmachen, gib mir Zuschauer hallo! Ich hab auch schon... ich hab auch mein iPad sogar aufgemacht. Ich mach auch einen Granado! Drei Tornado! Drei Tornado! Wie das aussieht, Alter! Das will ich jetzt total sehen! Wie das aus meiner Perspektive aussieht! Guck mal raus! Alter, das ist scheiße! Entschuldigung! Ja, das ist alles! Jawoll! Easy! Weck da! Du Kalter! Der ist wieder... Was? Lack! Lack! Oh! Nein, nein! Nein! Wir haben euch gleich diesen... Endlich Buß gesehen! Ja! Geh mal kurz weg, Alter! Tschüss! Zwei! Hey! Wer ist da so weggeflogen? Ich! Das war üb! Ja, 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 ja! Alter! Alter! Was ist das? Ach so, Tornado! Oh, das ist richtig! Hä? War wo? Shit! Alter! War halt ein mega-move gerade gewesen! Boah! Da ist er geflogen, der Junge! Schön schwul, mein Junge! Oh, Mann, ey! Easy, Alter! Ich hab mich voll ins Bild re-teleportiert, ey! Nika macht die perfekte Vorlage! Hallo, da bin ich! Ja, sonst hat Tim den halt gesaved, ey! Ruhig! Ruhig! Das sind zu viele Leute für a Rumble, irgendwie! Nein! Mungo, das macht voll Bock mit zu vielen Leuten! Ehrlich? Ja, weil du im Viererteam bist! Ja, aber... Besteht grad mal 3-3, Mann! Ja! Okay, ich wollte grad sagen, was... Ja, Tim will nicht loswerden! Da warst du! Wie heißt das? Was war das für eine Scheiße? Ich hab mir irgendwas davon gesagt! Nein! Nein! Zurück! Zurück! Oh, Mann! Stark! Ey! Ey, was bringt denn jetzt diese Faust? Du machst halt nie... Sozusagen, du hast ja einfach übertrieben viel intensive Kraft! Achso! Ja, okay! Machst halt so'n richtig, richtig heftig strong Schuss! Boom! Schuss! Und du zerstörst jemanden, wenn du ihn auch nur berührst! Nein! Machst du mal hin! Ficken! Haha! Nein! So was machen nur wachsende Leute! Mach ihn rein und... Oh shit! Es geht in die Verlängerung! Hochhalten! Jungs hochhalten! Nein! Ich... Ich... Ich wollt's aber, ich hab mir Boost gegeben! Das war ich! Haha! Wenn Nachspielzeit ist, dann ist es immer Teamplay! Immer hochhalten! Ja, ich hab mir jetzt Nachspielzeit! Ja, so nachspielzeit! Ja, so nachspielzeit! Ja, so nachspielzeit! Ja, ich dachte, dann kriegt der den besser! Ja, so nachspielzeit! Ja, so nachspielzeit! Ja, so nachspielzeit! Ja, so nachspielzeit! Ne, das war nicht gut! Haha! Nein! Das war nicht gut! Hey, Gannik, hast mich nicht zu Fuß gegeben! Halt hin! Oh! Ja, ich hab mich nämlich auch genau in den Zeitpunkt aufgespielt! Ah, Yashi, du Wichs! Haha! Fliege! Oh ne! Alter! Oh! Aber zum Glück jetzt... Nein! Easy! Es ist halt... Easy Vorlage! Easy Vorlage! Der ist zu schnell! Ja, ich hab's gemacht! Wir gewinnen! Loll! Wie geil! Ups! Er soll den Chat reden! Du weißt, das Bild... Nee! Wir dürfen nochmal! Ja! Drück einfach den letzten bis auf im Viererteam! Ja, ne, wow! Ich will den Viererteam aus! Alle abonnieren! So! Drei! Zwei! Eins! Go! Ja! Easy Game für uns auf jeden Fall! Ja! Weiß ich nicht! Ich bin jetzt wieder mehr in Form, aber trotzdem! Das ist ein ganz klare 3 gegen 3! Jetzt ist Tom ein in... äh, Tim ein in-form-Spielter! Ja, Alter! Danke! Tschüss, Nika! Ja, ich hab mich wohl gerade zweimal getauscht, Alter! Ja! Ja! Nein! Boah, das wär so geil! Das gibt's nicht! Aua! Aua! Alter, werd schließlich gestanden weg, ey! Yo, Dennis! Ah! Nika! Oh mein Gott, Alter! Söge! Boah! Boah! Alter, wie schnell war der? Alter! Hundert, 88! Oh Gott! Hahaha! Boah! 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 Wollen wir nicht die anderen Mode nehmen? Junge, der war auch richtig gut, der Disruption Mode, Junge! Boah! Lass einfach alles durch! Hier! Ja, zivilisiert auch noch, oder was? Was ist das überhaupt zivilisiert? Da gibt's wahrscheinlich nur Boost oder sowas, weißt du? Naja, ich glaub, da gibt's halt nichts, womit man sich irgendwie zerstören kann! Exakt! Boah, Alter! Boah! Oder was halt irgendwas... Irgendwas wegen der... Nein! Zivilisiert ist dann, dann kannst du dich an die anderen Dinger... Ach, das ist doch mit dem Randziehen dann! Ja, aber ich auch kurz da mit dem Randziehen! Aber ja auch andere... Nein! Ich weiß nicht, aber es ist zu schnell, ne? Ja, du doch. Oh ja, ne. Ja, und? Ich dachte, dass ich den Ball nicht bekomme. Tschüss, Joshi. Ich hab mich echt gedreht dadurch. Tschüss, Dennis. Ciao. Tschüss. Nice, hör mal. Er ist drin. Alter, als wenn der schon wieder so eine Faust hat. Mann, was ist das? Was ist denn eine Faust denn? Joshi, was machst du denn immer? Ich kann das Ding nicht kontrollieren. Ja, das war nicht so am besten. Gefährst das Teil nicht. Der Ball und der Ball folgt ihm. Ich bin dafür, dass wir gleich nochmal ohne Rumble spielen. Ne, mit Rumble, ohne Rumble. Ich bin jetzt zweimal gechanged. Alles klar. Und wie ist das zu Rumble? Nika hat schon wieder eine Faust. Es ist kein Nika. Alter, ich flieh voll durch den Tornado hier weg, ey. Ach, ich hab einen Tornado. Ja, nicht die Faust da. Und... Nein! Ja, ein Mega-Boost. Oh, meiner... Alter, was ist das? Ich hab mich einfach ins Teleport... ...typt. Was ist das? Ich hab mich teleportiert. Ich hab mich teleportiert. Ich hab mich teleportiert. Ja, ich weiß. Guck mal, das ist lustig gewesen. Nein. Nein. Kommt Jungs zusammenreißen. Ich hab 10 Punkte. Ich hab 10 Punkte. Irgendwie macht das keinen Spaß. Boah, Männer. Ich hab 25. Also, mir macht das keinen Spaß. Nein! Ey, geboxt, oder? Du hast gleich Zimmer gebraucht. Boah! Ich würde nichts sagen, aber ich schlacker keine Mädchen. Muss mich. Boah. 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 Was war das? Wie der Fuß nur hinter ihm hergegangen ist. LOL. Ich hab eigentlich... Easy Tim. Ey, guckt euch das an. Ich wurde... ...gekickt. Wieder gegen die Mauer gefahren. LOL. Das war dein letzter Kontakt. Sonst komm ich gleich und dann fahre ich auf die Wand hoch im VK. Alter, nein. Was ist ein Tor? Das ist einfach 5 Minuten her. Ja. Springt der da so ein bisschen rum? Hier, Yannick, du hättest den 100. Alter, wie oft wollt ihr bestimmt noch? Und wenn man diesen Booster bekommt von der Arma. Und diese... Tempizahunter. 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 Ach komm, Yoshi. Tempizahunter. Ich, äh, die Tempizahunter. Ja. Oh, Alter, Schade. Nichts dazu. Hä, was? Hä? Ich bin hier aber... Ey, Hartz-Bürger-Kick noch aus. Ja. Nein, Mann. Fackt euch alle. Latschen, 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 Latschen. Latschen, Latschen. Latschen, Latschen. Latschen, Latschen, Latschen. Vorlage. Nicht schlecht. Scheiß, Alter. Heiliger Makrele. Oh, shit, Alter. Huuuuh. Oh, Mann, ey. Oha. Warte mal, ich guck gleich mal was passiert, wenn man bei Rumble auf nichts macht. Wenn man da nichts macht, weil... Weil nichts kann ja auch nicht sein eigentlich. Dann gibt's wahrscheinlich alles, ne? Ja, nee, weil... Alles ist eigentlich bei voreingestellt. Okay. Aber was ist bei nichts? Also gar nicht... Oder nee, warte mal, ich... Ich, ähm... Ich drück gleich mal vor... Ich geh gleich mal auf voreingestellt, wenn sie vielleicht nicht mehr was einstehen. Ja, sagst du, dass du so viel flucht hast, als ich nicht verliebt gesagt? Ja, also doch. Aber... Ich hab halt... Nee, das ist so gut gegen mich gefahren. Ich hatte das halt... Ich hatte das ausgewählt. Ja. Aber... Dann... Dann war da halt nichts von irgendwie... Wow, war wieder meine Vorlage. Ja, war stark. Aber vielleicht muss man das erst später machen, wenn man schon lange ausgewählt hat. Hab ich geblockt. Ja, guck einfach gleich mal. Dennis? Ja. Nix. Ich komm gleich zu dir nach Hause. Nix. 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 Und... Das ist so geil. Das ist so geil. Und... Was? Viel Spaß. Und... Und... Ich will Tim wegschießen. Alter. Klasse, ey. Nein. Stark denn. Ja. Lör, hast du nicht die Faust? Wir klassen ja was ein Schubensgericht. Nein. Easy. Nein. Stark. Boah. Wie alles so scheiße. Wer ist da vorbeigekommen? Aber ich glaube, ich mach voll Schluss. Nö. Warte, wir müssen noch kurz gucken, was passiert für meine Vorlage. Wollen wir Exile spielen? Ja. Was ist zu spielen, Mann? Exile. Exile. Amamot. Kann ich auch spielen? Nö, du darfst nicht spielen. Ja, das... Du musst dir Sachen, glaube ich, runterladen. Oh. So voreingeschrieben. Smoke ist im Spiel. Geh mal raus. Ich will jetzt Exile. Oh. Ja, okay. Entschuldigung. Ja. Ja.